Da komm gleich mal mit, weil ich hab da Sick von... Sick? Ja, und ich hab hier Sick Trouble. Ähm... Wo bist du? Ja, Bar, mein Ding hier, da! Hier. Hier. Ich baue Kohle ab. Ich helfe dir. Es ist schön. Hast du schon überlegt, was wir bauen? Also, was für ein Haus wir überhaupt bauen? Und wie? Und... Ich will die Baupläne sehen. Zeig ich dir nach Aufnahmen. Oder... Alter! Äh... Alter! Alter! Ich hab alles gefunden. Nee, ist sogar... Nee, ist sogar gewollt. Echt? Ja. Scheiße! Pinscreeper! Ach, den! Ich doch. Noob Down. Jetzt musst du sagen, ich bin nicht down. Ey, das ist aber der Felspakt der Fail-Welder. Jo, das war so ein Fail. Das war unser Special Guest, ey, jo. Ja, hallo. Nee, ja, war zu fahne. Wer war das überhaupt? Ich weiß das selber. Das war der Chris, der die MB3 besorgt hat. Ach, der ist Lige? Ja. Nee, du. Nee, du hattest schon recht. Hast du schon... Ich hab Lava-Säge gefunden. Ich hab hier mies Eis, Alter. Ich hab mies Lava gefunden. Ich schwör. Und ich bin mies am Verrecken. Mies Wasser weggemacht. Eisen, aber noch kein Diamant. Tja, also wir bleiben so lange in der Höhle. Höhle, in der Höhle, in der Höhle, bezieht ihr am Antnam? Junge, die Höhle ist voll riesig. So ein Witz. Na, und jetzt sterb ich, weil ich kein Essen hab. Man kann nicht sterben. Man kann gar nicht sterben. Ja. Man kommt nur die Hälfte von den HP abgezogen, die man vorher hatte. Aber das geht ja noch. Wenn man 10 Essen hat, 5 Essen weg. Ja, und wenn das dann die ganze Zeit so bleibt, ohne Essen, was dann? Tja, nichts. Ja? Gut. Dann esse ich nie wieder was. Ich mach ne Diät. Mein Minecraft-Char ist viel zu fett. Scheiß Terrorismus. Oh, Mann. Wo bist du? Ich hab mir grad so'n komischen Raum gefunden. Boah. Irgendwann gleich bin ich tot. Ich weiß das schon. Alter. Lass mal Eise mitnehmen. Mach' ich auch gerade. Ne, ich auch. Super. Hier ist das Lager, richtig? Mhm. Kann sein. Weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, wo du bist. Ich auch nicht. Boah, wie ist hier grad leckt. Ich bin mir grad so'n wasser hoch. Hey. High-End-Sport mach' ich grade. Ah, hier. Hier, hier ist Lager. Cool. Ja, genau, wieviel Clay hast du denn? Hast ja ganz einen behinderten Ei, deinem Kopf, Alter, ich schwöre. Alter, ey, das ist nicht viel, Alter, das wird ja hinterher, ich kann ja durch viel rechnen, Leute, meine Eier jucken. Mhm. Heiß kalt. Ich tue schon mal Eisen in den Ofen, 41 Eisen. Also jetzt sollte ich das letztlich wirklich wegklicken, weil jetzt ist es richtig verkackt. 41 Eisen. Super, ich hab' drei Sticks, einfach nicht. Drei Sticks, sagt er, oder? Junge, Junge. Ach, verwechselt, ich meinte drei Sticks. Und Eisen hab' ich gar keins. Ja, genau. Und ich hab' gefunden, Lava, See, Junge. Ich bin eher immer der Typ, der direkt so Diamant sucht und du... farmst immer erstmal so Eisen ab und so weißt, also immer so richtig viel übertrieben und ich... Die Lava saufen ja richtig scheiße. Ja. Ist so. Ich erschreck mich davon voll immer. Ich denke immer, gleich bin ich tot. Gleich bin ich tot. Ey, ich hab' Diamanten gefunden. Ich hab'n Diamanten gefunden. Nee. Doch, Junge, ich schwöre. Warte, nicht weitermachen, ich muss eben Aufnahmen brauchen. So, wieder da. Also, du hast Diamanten gefunden? Ja. Ja. Aber das ist jetzt ein bisschen heikel so. Wo bist du denn? Ja, wo bist du denn? Ja, weiß ich auch nicht. Ich bin einfach gelaufen, gelaufen, gelaufen. Was bin ich hier? Ja. Spawner. Ah. Zombie. Spawner. Hilfe. Zombie. Spawner. Zombie. Spawner. Hast du auf Fackeln gesetzt? Ja. Bist du da, wo du Slime gehört hast? Zwei Diamanten! Drei Diamanten! Bist du da, wo du Slime gehört hattest? Wo du... Nein, ich bin dann noch viel weiter gelaufen. Aber da auch? In der Nähe. In der Nähe irgendwo. Wo war das jetzt? Ach, hier. Okay. Ich muss grad mal richtig hardcore safe, Alter. Weil... Ja. Ich bin grad mitten über nem Harz. Okay. So, also. Muss ich kurz gucken? Alter! Noch mehr Diamanten, Alter! Bitte mal besser! Hm, genau. Alter. Nicht Julio. Julio. Sechs Diamanten, Alter! Ja, für jeden einen Spitzhocke. Ich schwör. Hab ich erst mal gesaved, Alter. Wo bist du lang? Hier ist nur ein... Ein Weg rechts. Und ein Weg links. Und ein Weg in der Mitte. Weißt du was? Beim nächsten Mal setzt ich einfach Schilder. So eiskalt. Ha, ich hab mies Diamanten, Alter. Ich such grad deinen Namen. Hm. 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 Okay. Hier schon mein... Noch ein Diamant! Ey Junge, die wollen mich verarschen, Alter! Was ist jetzt sieben? Das... Ja, aber den Krieg kann ich jetzt noch nicht abbauen, weil... Ich bin hier so im großen Lavasee und ich weiß nicht, wie ich mir da jetzt hinarbeiten soll. Das ist jetzt bisschen... Bisschen schwer. Ja. Da müsstest du mir sogar helfen, glaub ich, weil das... Weil das... Vielleicht jetzt nicht sich das anstellen soll. Ich bin ja schon auf Versuch nach dir, aber... Ich weiß nicht, wo du bist. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich weiß nicht, wo du bist. Shit. Wo bist du denn... Hier bestimmt. In der Höhle. Nee, ehrlich? Doch, ich schwö, Alter. Ich schwö, Alter. Ich schwö, Alter. Hä? Ich lauf hier voll im Kreis, Alter. Boah, wie ich den Diamanten da hinten kriegen soll? Das weiß ich auch nicht. Oh ja. Ja. Ja, unter mir ist der Zombie-Spawner. Tja. Bitte. Vielleicht was meinst du grad leckt, Alter. Boah. Wegen Flips und so. Wart. Weiter geht's. Jo, da sind wir wieder. Hallo Leute. Willkommen bei Minecraft Let's Play Together. Part 1. Wir sind grad immer noch in der Höhle. Ja? Und... Wir haben grade... Also ich hab grade 6 Diamanten gefunden. Einer ist in weiter Ferne. Wo? Den krieg ich ja bei... Sterb ich, sterb ich. Och. Tschüss. Nee, doch nicht. Weißt du was? Ich grab mich jetzt einfach hier am Band, den wir entlang trümmen mit den Diamanten. Den will ich haben, Alter. Jetzt will ich's wissen, Alter. Ja, ich weiß nur, dass das Ansgar in der Leitung ist. Ansgar verpiss dich, ich schlag dich morgen. Jetzt ist er weg. Ja. Ist er wieder da? Ja. Ist er wieder da? Weg nicht. Ich bitte hier oben. Uh, uh, das sind grünber. Also ganz viele Fackeln gesetzt, so als Weg irgendwie. Ähm... Geht... Nee, über mich die jetzt auch nicht. Hier waren wir doch schon, meine Fresse. Ich glaub ich bin hier nie wieder raus. Ich glaub ich bin nie wieder oder niemals zu dir. Das ist auch gut so. Ich hasse dich. Nee, Spaß. Ich sammle hier grad noch erstmal Eisen ein. Der Diamant muss noch warten. Ich komm und hol dich. Ja, mhm. Komm, der Clown. Ich geh jetzt einfach dahin, wo ich vorhin schon war. Boah, Alter. Hier ist ein Creeper, Mann. Weil da war ein Lavasee. Wo du gesagt hast, jetzt komm mal zu mir, weil du ein Slime gehört hast. Und das war eigentlich nur Lava und ich hätt gar nicht mitkommen müssen. Da war auch Diamant. Ja, da war ich auch. Dann bin ich da irgendwo lang gegangen. Da bin ich aber nicht mehr wo. Was lauf ich hier hoch? Boah. Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Ach, komm schon. Mann. Ey, ich weiß grad gar nicht, wie ich da hinkommen soll, ey. Na, bitte. Voll, weil... Ah, Creeper in der Lava, ey. Die Creeper vorn sich grad gegenseitig. Ah, geil. Moment. Hey, was? Was macht er die ganze Zeit da an der Lava? Ach, der hat mich gesehen. Fick dich. Hm. Ich denk mal hier lang. Nee, hier war ich doch schon. Boah. Jetzt hab ich noch ne Höhle gefunden. Hast du denn Fackeln gesetzt? Oder hast gar keiner gesetzt? Doch, ich hab vorhin gesetzt. Oh, Mann. Ähm. Bleib mal irgendwo stehen. Ich muss deinen Namen suchen. Ja, ich bleib hier auch immer ungefähr an der gleichen Stelle stehen. Sag mal auf welcher Höhe bist du? Drück mal F3 und auf welcher Höhe? Wo seh ich denn das dann? Y. Links. Y. 7, 2, 0, du weißt schon. Bis zum Punkt meine ich. 72? Nee. 7. 7, 2, ja. Also, Höhe 7. Bei Y. Na, nee. Bei Y. Ja. 14. 14. Okay. Ich bin bei 39. Ich bin noch zu hoch. Boah, ich hab ein halbes Herz, ey. 14. Da muss bei mir an der Minimap 13 stehen. Und... Ich hab auch schon ein Steck Eisen, so. Steck? Ein Steck? Ach du Klappe. Wir sind nicht zusammen runtergegangen. Oh. Ich hab we... Ach das... Ja, ich hab unser Lager wieder gewonnen. Bist du Wasser runter? Ähm, nein. Ich bin Wasser hochgegangen und dann wieder runter irgendwie. Okay. Also... Ich mag die Höhle irgendwie. Geht, ne? Wer ich dich finden würde. Nee, die ist irgendwie gechillt. Ja. Geht. Wasser hoch, sagt er. Uh. Das muss ich mal. Ich bin eh gleich durch. Ich hab ein halbes Herz. Tja. Ich hab noch zwei Essen und viel Leben. Ich hab gar nichts zu essen und... ein halbes Herz. Ich... hier geh nach draußen, das ist schon mal gut. Ja, das ist gut. Da kann ich... Da kann ich mir vielleicht jetzt ein Schwein schlachten irgendwie. Das ist fast an unserem Dara. Wenn du... wenn du noch ein halbes Herz hast, dann fast kein... Wenn du dann Essen leer hast, was dann? Bist du dann tot? Ich hab ein halbes Herz und mein Essen ist leer. Ja, und was passiert denn dann? Ja, nichts. Ja, wofür ist Essen dann überhaupt noch wichtig, Alter? Ja, wenn das leer ist und man noch zehn Herzen hat, dann verliert man fünf. Ach so. Hallo, Zombie. Geh weg. Ich mein, wenn du ihn begrüßt, musst du doch auch zurückkommen und dir die Hand geben. Wenn der mich einmal trifft, dann bin ich tot. Ja, das ist bitter.